Quarz von Kintero Caritino aus der Zucht von Frauke Bahnsen in Leck aus dem Jahrgang 2006, dem Stamm 5064. Der sympathische mittelrahmige Braune überzeugte Chörkommission und Publikum während der Chörtage in Neumünster. Bewegungspotenzial und Härte zeichnen diesen Quarz von Kintero Sohn in besonderem Maße aus. Sein größtes Talent liegt jedoch in seiner natürlichen Springbegabung. Vorsicht, Reaktionsvermögen, Manier und Vermögen sind von seltener Qualität. 2012 konnte er unter Thomas Kohnle Springpferdeprüfung der Klasse M gewinnen und sich in der Klasse M zwei Sterne hoch platzieren. Er qualifizierte sich auch für das Bundeschampionat der sechsjährigen Springenpferde in Warendorf, hier bei der Hengstvorführung in Neumünster. Quarz zeigt unter anderem durch seine drei Nullrunden bei den VR Classics, dass mit ihm ein zukünftiger großer Sportler heranwächst. Der Vater von Quarz, Kintero Lassia, mit Rolf Göran Bengtsson beim CHIO in Aachen. Sein erster Fohlenjahrgang überzeugte mit sehr gutem Bewegungspotenzial. Im Zuchtwerk Gang und Schwung erhielt er 123 Indexpunkte.